Wir, die Haag4Deko GmbH mit Sitz in Viersen, beliefern von hier aus mit unseren Glas- und Beutelkonserven den gesamten deutschen Lebensmittelhandel. Unsere Glas- und Gemüsekonserven werden ca. 150 Kilometer von hier in einem kleinen holländischen Örtchen namens Gießen hergestellt. Unser höchster Qualitätsanspruch, den wir haben, ist frisch vom Feld ins Glas. Um das garantieren zu können, ernten wir unsere Produkte ca. 4 LKW-Stunden von der Produktion entfernt, damit sie keine langen Transportwege haben. Nachdem die Ware dann produziert ist, bekommen wir die Ware nach Deutschland in das Lager. Wir bekommen ca. 1000 LKWs im Jahr, die wir dann von unserem Lager verteilen. Wir beliefern unsere Kunden nicht Supermarkt für Supermarkt, sondern wir bedienen die Zentralläger unserer Kunden, die dann diese Aufgabe für uns übernehmen. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass unser hoher Qualitätsanspruch, den wir seit Jahren an uns selber haben, dafür gesorgt hat, dass wir so viele treue Endverbraucher in Deutschland haben, die unsere Produkte genauso lieben, wie wir sie selber lieben. Und was wir versprechen ist, dass wir diese Qualität auch in Zukunft immer so ins Glas bringen werden.